Lalalala Oh Gott, Zeichnen Ja, das dürfte eigentlich gehen, das dürfte eigentlich, eigentlich dürfte das gehen, das dürfte gehen Ja Gott, was, was, was? Okay, wir suchen, aufgepasst, wir suchen eine Fernsehsendung, ja? Also, aufgepasst, was sie sagen, wir suchen eine Fernsehsendung, ja? Also, los geht's, ich beeile mich mir mal Wir suchen eine Fernsehsendung Sportschau, nein, Frauentausch, Spornkopf, Sponsport, Spornkopf ist eine Serie, Smirks, wir suchen eine Fernsehsendung Ja? Was könnte das sein? Mitten im Leben, nein Kommt da Ja! Anemia Es ist Big Brother Da sind die Kameras Da sind die Kameras, da ist ein Sofa und Tisch Ich wusste nicht, wie ich es anders malen sollte Es ist Big Brother Ja, Tatsache Ja, Anemia Richtig, Glückwunsch Alter, die Simpsons Nein! Ich hab doch gesagt, eine Fernsehsendung, nicht Serie Wieso schreibt ihr dann Familie Simpsons oder Schwammkopf Das sind Serien Ich hab gesagt, deswegen hab ich ja gesagt, aufpassen, eine Sendung Alter, ist das so Nehm ich, nehm ich, passt jetzt gerade so Nehm ich, passt gerade, passt gerade so ins, 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 ins Thema So, wir suchen eine Fernsehserie Eine Fernsehserie suchen wir In der Fernsehserie sind alle gelb Ich glaube, das reicht eigentlich schon Ich glaube, das reicht eigentlich schon Wenn ich sage, in der Fernsehserie sind alle gelb Ich glaub dann, ich glaub dann wissen eigentlich schon alle, worum es geht Oder was für eine Fernsehserie wir suchen Jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt der Erste ist Na? 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 Ein bisschen das Delay abwarten Und jetzt bin ich sehr gespannt Yeah! Silent Soul Die Simpsons Jetzt haben wir die Simpsons gesucht, Smirks Siehste? Eine Fernsehserie Siehst du? Wo ist da der Unterschied? Eine Sendung Eine Sendung ist eine Unterhaltungssendung Ist zwar Simpsons auch Aber Simpsons ist eine Serie Von mehreren Reihenstaffelungen Kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht Ist auch egal So, mach dich bereit, dem egalen Griff zu erfahren Oh, ich glaube das krieg ich Kann ich den Text noch? Ja, okay Wir suchen eine Wir suchen wieder eine Fernsehserie Wir suchen wieder eine Eine Fernsehserie Ja? Also aufgepasst Eine Fernsehserie Ja? Keine Sendung, eine Serie Und ich gebe sogar noch einen Tipp Es ist sogar eine Kinderserie Ist sogar noch ein Tipp Ja? Dürfte ich normalerweise nicht sagen Aber egal So, also Und ich muss es singen Also Summen oder lalala singen, ja? Äh Los geht's 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 Lass ich jetzt einfach mal gelten Silent Soul wusste es sofort Mit Turtles Aber normalerweise eigentlich Teenage Mutant Hero Turtles Ja, lass ich jetzt einfach mal gelten Ich weiß, ich, äh, ja Wie kommt man denn bitte auf Heidi? Wie kommt man denn bitte auf Heidi Bei so einem Song? Da hätte ich doch gesungen Deine Welt ist das Abflussrohr Heidi Oder so ähnlich So Macht dich bereit, den wir gar nicht im Griff zu erfahren Äh Ähm 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 Ich habe Angst davor, wenn der Timer abläuft Und ich nicht weiß, was kommt Warte, lass mich kurz überlegen Schauspielern Was? Ach du Scheiße Was einmal, was einmal, was, was, was Wie gnädig Einmal schreib schon, bevor du anfängst Was? Einmal? Einmal Einmal schreib, bevor ich anfange So, also Gesucht ist ein, äh, Film Wir suchen einen Film Und ich muss es Mit Hände und Körper darstellen Mir fällt eigentlich Nichts dazu ein Wie nur eine Geste Bin ich sehr gespannt, ob da jemand draufkommt Wir suchen einen Film Ja Und diesen Film Als kleiner, als kleiner Tipp Ja Wie der Film heißt Gibt es zwei Schatten der Leidenschaft Ich habe doch noch gar nicht angefangen Wie dieser Film heißt Gibt es zwei Sachen Also man kann Man benennt den sogar zweimal Es gibt zwei Möglichkeiten Den zu benennen Habe ich das richtig formuliert? Ja Die einen nennen den so Die anderen nennen den so Ja Also zwei mögliche Lösungen Eine davon ist aber leider nur richtig Ich bin gespannt, wer draufkommt Also los geht's Alter Nein, das ist falsch Entschuldigung Das zählt nicht Das zählt nicht Groelix, das zählt nicht Mist, ich habe zu früh gedrückt Star Wars ist zwar auch richtig Aber wir hätten gesucht Krieg der Sterne Ist zwar dasselbe Aber Ne Shades of Grey Ja, hätte auch sein können Mit der Peitsche so Aber wir haben eigentlich Krieg der Sterne gesucht Ey, ich war jetzt so schnell Mit dem Drücken Weil ich muss ja auch Auf den Chat achten Und ich muss einen Hampelmann Hier machen vor der Kamera Das ist Das geht Das ist Äh Äh Ja 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 Kuley Kuley Ist das richtig ausgesprochen? Kuley Kuley Willkommen Zu der Let's Play Live Show Einen Titel zu nennen Okay, wir suchen ein Videospiel Ich wiederhole ein Videospiel Krieg der Sterne ist alt Genau Deswegen habe ich ja gesagt Nur eine Antwort ist richtig Sonst hätte da gestanden Star Wars Aber ich habe zu früh gedrückt Also Wir suchen ein Videospiel Ja Ich bin sehr gespannt Wer Äh Wer der jetzt draufkommt Ich muss es Ähm Die Handlung beschreiben So Äh Das Videospiel ist ein Shooter Also ein Ego-Shooter Wirklich ein Ego-Shooter Ähm Dieser Ego-Shooter Spielte meistens im Zweiten Weltkrieg Also das Szenario war meistens immer Zweiter Weltkrieg Äh Ist sogar eine große Serie Hat aber glaube ich In den letzten Jahren Kam davon leider kein Titel mehr Was ich sehr sehr schade fand Und ich habe den letzten Teil Auch nie gespielt Wo ich eigentlich immer Sehr drüber gefeiert habe Über diesen Titel Ähm Ich glaube seit ein paar Jahren Gibt es diese Serie nicht mehr Die ist irgendwie glaube ich Abgeschafft worden Also diese Shooter-Serie Ähm Es kann man ganz vergleichen Mit Sachen wie Call of Duty und Battlefield Und da gab es ja noch eine Serie Jetzt bin ich mal gespannt Ob da jetzt jemand draufkommt Wolfenstein ist es nicht Nein Äh Es gab mehrere Teile davon Und auch so So Pre-Sequels davon Und alles Und es ist ein reiner Shooter Im Zweiten Weltkrieg-Stil Wie gesagt Wolfenstein Es ist Medal of Honor Gotox Es ist Medal of Honor Yeah Richtig So Was Okay Da 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 Aber hätte ich jetzt mehr gerechnet Das ist mehr das Wissen Aber mal gucken So weiter geht's Ähm Das dürfte Das dürfte Das dürfte eigentlich Nein Ich musste mit Hände und Füße Mit Hände und Körper darstellen Nein Es gab eine Serie Ja So viel sei vorweg gesagt Das ist auf jeden Fall Kinderfilm-Serie Ja Gab's mehrere Sachen Weil Ich kann's jetzt nicht bezeichnen Als nur Serie Oder nur Fernsehserie Oder nur Film Also es gab's beides Ja Und das muss ich jetzt körperlich Und Alter Ich darf ja noch mal Geräusche machen Ich weiß nicht Wieso ich das denn Alter Pokémon Max Bunny Nein Vollkommen falsch Rotter Rabbit Nein Ist es auch nicht Äh Streaming Okay Das sieht Okay Das sieht ein bisschen falsch aus Ich weiß Wieso ich das Ich Was machen Ich weiß nicht Wie es anders Machen soll Keine Ahnung Ich hab Ding Ding Ja Ding Ding Es sind zwei Tiere Tomo Jimmy Wie kam denn Willi jetzt da rauf Alter Wie kam denn Willi jetzt da rauf Anime auch Äh Äh Joel Oder Joel Heute doch das Horrorspiel Aber ab 22 Uhr Wie eigentlich immer In der Let's Play Live Show Ähm In der Let's Play In der Let's Play Live Show Ist es ja immer so Von 20 bis 22 Uhr Spielen wir ja irgendwie Ein normales Spiel Und ab 22 Uhr Geht es dann immer bis Open End Oder bis 0 Uhr Immer ein Horrorspiel So warte mal Ich musste mal ein wenig Fenster öffnen Alter das ist so warm hier drin Ich geh kaputt Vor der ganzen Warte mal So Mäuseloch Ja Mäuseloch Genau Da hab ich mir so gedacht So Mäuseloch Und dann hab ich das so gemacht Das sah so falsch aus Das sah so falsch aus Das ist Ich kann nicht mehr So Warte Nächster Begriff Alter wenn ich das mit meinen Bitte lass mich das Gott sei Dank Muss ich das nicht Pantomämisch nach Nachstellen Weil da hätte ich das glaube ich So nachgestellt So also Wir suchen einen Film Ja Es ist ein Film Wir suchen einen Film Ich wiederhole es nochmal Ein Film Und bitte Schreibt mir In den Chat Wie dieser Film heißt Herein machen 3, 2, 1 Also es ist ein Horrorfilm Da spielt so eine alte mit Die im Bett liegt Und muss gefesselt werden Von so Priestern Und da muss der was Ausgetrieben werden Und dann fängt die so an So komische Wörter zu sagen Kann ich gar nicht nachmachen Irgendwie so Und ist ein sehr bekannter Horrorfilm Ich bin jetzt mal gespannt Das müsste normalerweise Eigentlich Schnell gelöst werden Ja der Exorcist Jawohl Willi Durch durch So weiter geht Jetzt kommen sie alle Puh Jawohl Heute läuft Heute läuft aber Muss ich ehrlich sagen Heute läuft Für YouTube machen wir eine kleine Folgenpause Bis demnächst Ciao